Was jetzt hier genau passiert, dann kommen wir hier vorbei, stellen die Frage und dann versuchen wir alle Fragen zu beantworten. Es ist schnell an die Beifahrt für mich. Zuerst einmal ein Applaus für unsere Ziegewege und Dr. Karina. Dann fange ich an und frage dir mal, was haben wir hier für Wurstig Rösser? Wurstig Rösser? Wurstig Rösser?